Hallo und herzlich willkommen zu einem weitere Teil von die letzte Schlacht der Elfen und zwar dieses mal der vierte Teil. Oh mein Gott, ich bin so gehypt. Wunderbares Spiel. Viel Spaß. Ihr seid wirklich da, ich hab versagt. Kann es sein, dass das der erste Boss oder Antagonist in der drei ist, der nicht einfach nur ein Arschloch ist? Der ist cool, ja, stimmt. Ja, hast du. Aber ich darf ja noch aus Schadenfreude lachen, oder? Schadenfreude zu was? Was für Schadenfreude? Hä, wieso? Die Elfen sind gerade... Gerade da war eure Stadt einzunehmen und dann eure... Mist, Moment. Ah, ja, verdammt. Wollen wir ein bisschen los? So schnell. Ja. 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 Ich mein, du hast es schon erwähnt gehabt und du hattest recht. Moment. Uh, ich weiß, wie das funktioniert. Wenn ich zur Musik gehe und rausgehe und wieder rein, dann bin ich eigentlich noch bei Musik. Wenn ich nach unten drücke, bin ich bei Textbox. Haha. Ja. Smart. Oh mein Gott. Du hast es prädiktet und... Naja, cool. Du bist so unglaublich intelligent. Intelligent plus. Oh ja, du hast so viel Intellenz plus gehabt. Das ist das erste Spiel ohne Plus-Items, oder? Ich weiß nicht. Wir sind noch nicht zum Shop gegangen. Also, wir sind einmal da hingegangen, nur da war leer. Ich geh gleich mal rein. Ich mein, jetzt wo die ganzen Orks dabei waren... Hallo. Sieg steht. Ey, äh... Uh, der ist einem ausgeliehen. 3000 Erfahrung, Junge. Alter, wir sind... Oh, Mann. Wir sind fucking OP. Was macht der Zwerg da? Stimmt. Was ist der Zwerg? Was soll das? Weil du die vorher nicht getötet hast, sind die einfach noch da. Oh, das kann sein. Huh. Ich frage mich, war das der Shop? Nee, ich glaub ein, zwei da oben. Doch, hier. Sag mal. Keine Ahnung. Oh. Ah, äh, ähm. Hm. Ja, gut. Dann halt nicht. Aber, ob's bis zum Ende vom Spiel noch gibt. Wenn noch irgendwas gibt. Ich schätze mal, du bist mit so einer... Der zweite dann durch. Ja. Ist auch meine Vermutung. Aber... Oh nein, mein Kopf. Nicht Schwarzkopf. Großbob. Schwarz, Schwarzfrisurkopf, sollte ich vielleicht sagen. Wir müssen gleich mal nach Bob schauen. Hallo, Vodin, hi. Was ist so... Nein, die bohote Katze ist lebendig. Was? Zombie-Katze. Ähm. Hier zum Hühnchen wird? Habe ich das tatsächlich gesehen? Nee, okay. Das soll nur so... Doch, doch, doch. Nee, nee, nee. Da, Katze. Nein, die... Ja, aber die ist gerade in eine bestimmte Dichtung gelaufen. Da wolltest du... Oh, die gibt's gesehen. Die wollte halt einfach zum Hühnchen. Wunderschön. Das ist ein interessantes Tier. Oh. Hallo. Hallo, Bulma. Zayek. Alle, bin. Da ist wohl gedacht, dann ist er uns ausgeloschen. Aber da ist du dich. Ich werde dich ausloschen. Ja, verdammtes Pack. Ich werde langsam sauer. Ich will euch loswerden. Du nicht würdiger. Du hast unser guter Krieg auf Aro den manipuliert. Ja, wir werden hier steil. Steil. Ich weiß, was da weint. Aber es ist so dumm. Ich habe, Fatou, den nicht manipuliert. Das ist... Der hat dich manipuliert geschrieben. Was willst du eigentlich von uns verschwinden? Oder du wirst heute deinen Tod hier haben. Bäh, Fahre, denn du bist wirklich geworden. Du hast sogar deine Eltern getötet. Ach, ihr habt euch keine Macht. Denkt ja nicht, ihr seid mächtig. Ihr habt euch ja nur an den wehrlosen Bewohnern. Komm, Fatou, den ist gut. Gut, ich mache einen Vorschlag. Wir bedingen jetzt endgültig um, okay? Okay, Meister. Jawohl, auf Sie, Männer. Auf Sie, Männer. Oh nein, oh nein, Gegner. Grüße mich. Hübsi. Ich will XP. Ja, stopp. Stopp. Ah, eins. Ich habe nicht gedacht, dass man sowas tatsächlich kann. Ich dachte, das wäre mean. Langsam aber sicher. Gibt es so einen kleinen Funken. So einen kleinen, mini kleinen Gedanken. Der sich überlegt, ist das alles doch gebeugt? Es ist... Es steht in dem Stern. Wie kann das sein? Nein, nein. Ihr seid solche Nieten. Ihr habt viele Male gesagt, dass ihr die letzte Schlacht der Elf machen werdet. Doch nun seid ihr ein jämmerlicher Haufen, der blöderste Mann schützt. Schützt du guckt? Ja, so lange geht trainiert. Leider alles umsonst. Jetzt dürft ihr sterben. Fahrt, Ludin. Jawohl. Das war ein jämmerlicher Haufen. Komm, wir gehen ins Schloss. Vorher sollten wir uns in den ausdufen. Okay, haben wir ins Inn. Stimmt's denn, wer hat er bei den Zwergchen auch gesagt, wer soll denn ins Schloss? Das haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Ich bin mir unsicher. Soll ich ja mal ein Storyteil verpasst. Mal schauen, ob der gefolterte Typ aufgemacht ist. Genau, schauen wir mal nach Nanul. Dann mal los. Ob noch Nanul Land und Speichern davor sehr wichtig. Ach, weißt du. Es ist eine wunderbare Idee gewesen, diese Spielereihe doch mal irgendwie lauffähig zu bekommen. Ich wusste ja Bescheid, dass die existiert und so. Durch einen anderen YouTuber. Aber zum Laufen zu bringen, war die Hölle. Aber es hat sich gelohnt. Ohne Steine. Nee, fuck. Oh, ähm. Hi. Ah, sowas hilft. Oh, shit. Gunther, ich schätze, ihr wisst, warum ich hier bin. Ich denke, er ist auch noch da. Dein Sprite nicht. Doch, er steht in, ich glaube, er steht in Advent, weil du ganz genau hinschaust, kannst du so einen blauen Pixel zwischen dem Schwert und den Haaren erkennen. Oh. Hm. Okay. Ich sage es euch, ich bin hier, um euch zu beseitigen. Ha. Ja, vielmehr um dich zu vernichten. Ja, genau, gegeben. Ihr seid arm dran. Lieber arm dran, als arm ab. Oh, okay. Ja. Was haben wir denn tun? Oh nein, der Endposs oder so. Und der Todeswurf. Es ist wunderbar. Uff. Gut, ja. Wir sind alle in Stufe 99. Ich, ich habe ihn aber gesagt. Nein. Trotz unserer Energie, du bist Geschichte, Azazel. Niemand hat eine Chance gegen uns. Niemand. Ich will es. Der Untergang ist geweiht. Mein Körper und meine Seele werden zerspringen. Ich bin verloren wegen euch. Gern geschehen. Gern geschen. Gern geschen. Hey. Pssst. Wir sollten etwas zur Seite gehen. Okay. Na, na, na. Viel Spaß dabei. Hey. Militrölf ist wieder da. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ja, ja. Gleis kind. Der wäre ganz schön durchgeschüttelt. Das sieht ja heftig aus. Das ist mein Kiefer. Das ist mein Kiefer. Was passiert jetzt? Seine Exzis... Yes. Die neue Scheiß, weiß man. Seine Exzisenz wird jetzt vernichtet. Es ist noch schlimmer als das Original. Ja. Erbarmen. Auf zu wackeln. Danke. Es ist vorbei. Alles ist vorbei. Wir haben alle vernichtet. Alles ist vernichtet. Die Welt gehört wieder uns. Nicht so tief lang. Du musst die ganze Stadt zauberstuppen. Verstanden. Mann. Das ist scheiße von euch. Das ist ja dieser Einnehmel-Moment. Und jetzt Ende. Ende los. Es gehe schon. Und Willi kann die Deck mitgehen. Na dann. Wir sehen uns. Bye. Komm, wir gehen, Vater. Die Credits. Ah. Der... Ah. Okay. Oh, jetzt heißes Silber. Wir haben alles geschafft. Wir können jetzt endlich mal Pause machen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Komm und lass uns ins Bett gehen, süße Edwin. Der ist jetzt verheiratet, aber das passiert jetzt nicht mehr. Oh. Und so nimmt alles ein gutes Ende. Nee, echt jetzt? Ich bedanke mich an alle, die mir geholfen haben. Oh, scheiße. Ancloas. Ich bedanke mich so sehr bei dir, dass du dieses wunderbare Spiel gemacht hast. Es ist von der Qualität her mindestens so gut wie der erste Teil, wenn nicht sogar besser. Das fuck ich auch. Danke. Was wir fragen, Ideen, meldet mir oder geht auf meine Homepage und schreibt es dort. Oder auf Discord. Ja, das ist ein Discord-Server. Ich kann einfach... Verlinkst du den? Das ist was? Ich versuche ihn zu verlinken und ob ich das darf, das weiß ich nicht. Das finden wir heraus. Nee, das ist schon... Ich glaube, es gibt keinen Grund, da Nein zu sagen. Ich glaube, auf der Webseite ist der auch verlinkt von dem her. Wenn ich dran denke, verlinke ich den Discord-Server in der Beschreibung. Ja. Super nice. Homepage, ja gut, okay. Das wird vermutlich... Punkt.de. Ich weiß nicht, ob die noch offen ist oder ob es eine andere ist mittlerweile. Aber egal. Ende. Ach, du schreit. Weißt du was? Dadurch, dass man so schnell durch die Kämpfe kommt... Es ist... In der Kürze liegt die Würze. Nee, das war wirklich... Also ja, du hast recht. Das war halt so gut, dass wir OB sind. Weil das Beste an den Spielen ist... Der Text. Ja, er ist... Genau. So, wundervoll. Übrigens. Noch für die Leute, weil das in OBS gerade links und rechts noch am Rand ist. Ich mache kurz mal die Fensteraufnahme unsichtbar. Ja, vom ersten Teil. Das sieht der Hund jetzt nicht. Aber das hat er gezeichnet. Die vier Köpfe. Ja, vom ersten Teil. Wunderbar. Wunderbar. Ich frage mich, ob es doch irgendwann eine geupdatete Version gibt mit den neuen Leuten. Ich habe scheißen Kopf, ey. Aber ja. Ancluas, wenn du das siehst, willst du das Bild haben? Der Hundi freut sich bestimmt. Oder der hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich dir das schicke. Ja gut. Ich meine, kann ich Nein sagen. Genau. Also. Gut. Wundervolles Spiel. Discord ist aber in der Beschreibung. Hoffentlich auch der von... Von... Von Ancluas. Ich... Erinnert mich dran, wenn ich es vergessen habe, ja. Und ich würde dann mal beenden und sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal mit die letzte Schlacht der 11.05 irgendwann, ja. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020